Ich sehe nicht, dass ich da rüberkomme. Oder doch? Ah. Oh, ich komme da sogar hoch, aber ich komme da nicht hoch. Der ist zu weit weg, ne? Ja. Da ist das Schließfach. Ach, du Heilige. Es ist ja ewig und drei Tage weg. Ich muss ganz ehrlich sagen, also mit Geld geizt das Spiel halt echt nicht, ne? Ich dachte eben, kommt was angestampft, aber das ist Musik. Ach, hier waren wir schon mal. Der Treppenmove hilft halt echt, damit es einem nicht gleich so schlecht wird. Nur falls man sich wundert, warum ich rückwärts die Treppen hochgehe. Ich finde das für mich deutlich angenehmer. Das ist ja fies. Einmal so ein bisschen grün aufladen. Besser. Da hinten ist ein Schulmädchen. Und ein Schuljunge. Junge, ich habe gerade Frame-Probleme. Bei denen ist das echt ein bisschen... Wow, echt ein bisschen mutig, dieses Ding zu benutzen. Diese Entkern-Funktion. Weil die halt so schnell sind im Vergleich zu den anderen. Ja, was sind Tima? Ich kenne das auch nicht, Kay. Kay, Kay, du darfst das gerne erklären. Also auch für meine Zuschauer da draußen. Das ist natürlich so, dass ich nicht weiß, was das ist. Das ist nur für meine Zuschauer. Kay? Ich höre schon wieder. Oh, ja. Ich höre schon wieder. Warum haben wir so viele Schuhmädchen? Was war das denn? Da sehen wir uns in die Straße eingetraucht. Das wäre... Da, 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 da. Was zur Hölle? Was ist hier los? Wo, 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 wo? Das ist unfair. Ich kann nicht in die Straße tauchen. Da. Was zum Henker seid ihr denn? Wie viele gibt's von euch? Ich brauche Muni. Wie unfair kann man sein, Spiel? Ach, jetzt auch noch so ein doofes Schulmädchen. Ah! Alter! Was zum Henker? Könnte ich mal einfach aufhören? Stell dich auf die Dings-Taste drauf zu drücken. Nee, könntest du bitte auf... Ich möchte gerne... Nein, ich möchte kein Foto machen. Ah! Ich weiß gar nicht. Was habe ich denn jetzt gerade in der Hand? Könntest du aufhören? Scheiß Fotos. Ich will keine Scheiß Fotos machen. Ah! Ich glaube, das ist dieses... Dieses Stunt-Ding. Hilft mir das? Ja, ich würde gerne... Okay, aber ich... Hier ist noch einer. Es waren zwei. Oder ist eine schon tot? Alter! Spiel! Wie viele Gegner willst du mir denn denn noch... noch entgegenwerfen? Also verschiedene Gegnertypen. Was? Wer? Wo? Ah! Ah! Wie ich halt immer von lauter schräg auf diese Scheiß-Crouch-Taste drück. Ha! Ist das? ist du? 아니�ale... Also... Töne! 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 Wie? Ich guische diese Schουνier generation. Töne! Der Mann hat die Erika geschaut. Okay, ich sehe keine mehr. Oh, Hundi! Ach Gott. Oh. Hast du diese blöden Tanten gesehen, die da in der Straße geschwommen sind? Ich glaube, ich spinne. Ja, du bist der Beste, der Tollste. Hundi! Okay, ich habe eine Geistermelone, eine Unterweltmelone. Nichts. Ja, ich weiß nicht. Ich muss da lang. Ich möchte aber erstmal hier rein. Da konnte ich einfach nur auf die andere Seite laufen. Ach, mehr Schulmädchen. Den beiden würde sich eigentlich das da anbieten, ja? Wartet mal kurz, weil mein Handy brummt schon die ganze Zeit. Das heißt, ich kriege, what's the upper? Augenblick. Ah, okay. Nichts Wichtiges. Dich habe ich schon, dich habe ich schon. Also vermute ich schon wichtig, aber es ist in der Gruppe drin, wo ich jetzt nicht sofort lesen muss. Ah, Hocktobusbärchen. Boah, selbst die würde ich jetzt essen. Ich habe... Ich muss so mit meinen Kalorien aufpassen, dass ich immer... Ich kriege ich vor allem... Von allem kriege ich Hunger. Ja, was ist hier? Ja, was ist hier? Es gibt einen ganz schönen Tag. Ich habe die heutigen Zeit einen Schaufer. dann kann ich sie nicht mehr da sind. Peut mich auf den Schrauben zu befinden, dann kann ich sie nach Hause gehen. Dann will ich den dann? Ich bin nach dem Sagen. Das ist nur ein Schrauben. Das ist die größte Gegenwart. Wenn man sich der Gegenwartet hat, dann kann man das immer noch vieles Gegenwartet werden. Von welchem Gebäude redet ihr denn? Oh, bitte nicht diese Gruseltante. Ich höre das. Hörst du doch schon wieder Röcheln? Dem Gebäude? Verborgenes Untergeschoss. Von welchem Gebäude reden wir denn? Von dem da? Nee, ich muss hier weg. Oder? Moment, ich muss nochmal gucken, sorry. Nee, da ist die blaue, ähm, diese blaue Buddha-Statue oder was das ist. So, aber wer Röchelt denn hier jetzt schon wieder? Es röchelt hier drin. Wir sind aber auch... Boah, hier sind so viele Geister. Weiß ich nicht, ob ich mir das anziehen möchte. Oh, da ist aber so ein Baum. So viele Pfeile habe ich denn. Elf Oh I I I I I I I I I Oh, das wollte ich nicht Oh Oh Könnte ich einfach mal aufhören Dings-Taste ständig zu drücken Die Crouch-Taste Wo ist er? Da ist er Komm mal her, Junge Oh Oh Ah, das ist dieses Das ist dieses Orange, ne? Das Problem ist nur Ich weiß nicht, wie ich es ausgelöst habe Äh, ich muss nochmal Ich muss vielleicht nochmal in die Anleitung gucken Ah Ah, da ist es Das Das wollte ich nicht Moment, Ohrjucken Oh 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 Ach, das war nur blau, ne? Ja, das habe ich ja voll. Aber ich habe einen Bagger gesehen. Ja, irgendwo einen Bagger. Aha. Das sieht irgendwie immer noch so viel aus und im Endeffekt sind es irgendwie nur fünf oder so, waren es jetzt, glaube ich. Oh, 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 oh. Ach. Was alles, Leute, ich liebe dieses Spiel einfach nur wegen der Tatsache, was ich alles begehen kann. Ja, hier noch einen Geist. Einer nach dem anderen. Ja, Moment, langsam. Wo war jetzt nochmal der Bahnhof? Ich bin dran vorbeigelaufen, wo ich eigentlich gucken sollte wegen... Nein, Moment. Nein, das ist jetzt einer nach dem anderen. Ich möchte da hin. Das ist das, was ich meinte mit dem Ablenken. Oh, ich höre. Ich höre wen. Ja, ich höre. Ich höre, ich höre. Ah, ha. Was ist das, was ich hier in der Mitte? Oh, ich höre. Sie haben hier, die Ingenheit gewonnen. Was ist das? Ist das wieder diese gruselige Tante? Da kommen wir tatsächlich rein, aber... Warum?